Du bist neu an der Uni, hast keine Ahnung, was dich erwartet und brauchst dringend Infos rund um den Studienalltag? Genauso geht es den rund 12.000 Studierenden, die jedes Semester an der Universität Wien beginnen. Doch dafür gibt's die Uni Leben. Das ist die Willkommensveranstaltung für alle Neuankömmlinge. Zweimal pro Jahr verwandeln sich zu Semesterstart die Festzelle im Hauptgebäude in einen Messebereich. Hier findet man als Student interessante Angebote, die den Einstieg ins Studierendenleben erleichtern. An vielen Ständen informiert die Uni Wien über ihre Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Bibliothek. Daneben locken diverse Kooperationspartner mit zahlreichen Angeboten. Wir sind eine Initiative, die heißt Jede Dose zählt. Wir sind da, weil wir die Leute informieren wollen über Dosenrecycling und sie auch animieren wollen dazu. Es ist wichtig, dass die Leute erfahren, dass es in den Metallcontainer landen soll, die ganzen Dosen, und dass das zu 100% wieder recycelt werden kann, die ganzen Dosen. Neben diesen alltäglichen Informationen bekommt man auch Einblick in die Wiener Kulturlandschaft. So ist das Volkstheater jedes Jahr mit einem eigenen Stand vertreten. Wir sind vom Volkstheater und wir haben heute eine Studentenaktion und zwar verkaufen wir da Studentenwahlabos. Da kann man für 12 Euro dreimal ins Volkstheater gehen und sind eigentlich jedes Jahr da. Und es ist irrsinnig beliebt bei den Studenten, die warten eigentlich schon auf uns, bis wir kommen und sie wieder so ein Abo haben können. Aber das ist noch nicht alles. Beim Student Point erhält jeder Neuinskribierte einen Welcome Back, gefüllt mit Gutscheinen, die das Studentinnenleben erleichtern. Antworten auf studienbezogene Fragen gibt's bei zahlreichen Workshops. Hier kann man sich nützliche Tipps für einen erfolgreichen Studienverlauf holen, etwa bei dem Vortrag Wissenschaftliches Schreiben. Das gesamte Angebot ist an diesen Tagen natürlich kostenlos. Die Messe ist für alle Interessierten frei zugänglich, für Führungen und Workshops ist allerdings eine Anmeldung notwendig. Bevor also der harte Alltag mit Vorlesungen und Seminaren beginnt, heißt's auf zur Uni leben!